Ja, wieder eine nice Taktik für uns, ne? Al... Passt, ja. Dankeschön. Hallo ihr Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen... Fuck... Ja, ja. Fuck-Video hier auf diesem Kanal. Heute dabei mit dem Proneon, mit mir, dem Ice Glitch und der blauen Ton, also dem Lutz. Und ich wünsche euch viel Spaß. Komm her, komm her. Wo ist denn? Hier, genau hier und ping. LOL! Got him! What? What? Oh, sie konnte drüber springen. Ja! Hä? Wieso hast du jetzt den... Wieso hast du den Kill? Durch den Tricks! Guck, sag ich doch, die löst nicht aus. Hä? Was hast du denn gemacht? Die Falle tiefer gesetzt, weil Lutz meinte, ja, die löst aus. Nein, löst sie nicht, hab ich gesagt. Wie weit tiefer? Ja, unten tiefer. Schau mal, schau mal, schau mal. Du musst dich in die Hocke stellen und dann nach oben schauen, dann geht's. Hä? Du kannst sie doch nur an zwei Positionen platzieren. Nein, es geht an vier. Hä? Das geht einmal, einmal, einmal im Stehen, zweimal im Hocken und einmal im... Nee, nee, drei. Zweimal im Hocken, einmal im Stehen. Hättest du mich verarsen, Mann! So, Kapi, Kapikan. Zeig mir deinen Arsch. Deinen russischen Prachtarsch. So ein Ding ist das also. Leute, kennt ihr diese, äh, kennt ihr diese Wasserflaschen, wo sie draufsteht? Vegetarisch und vegan. HALT DIE FRESSE! Jungs, wir sind, wir sind, let's only secondary, wuhu! Ey, das ist unfair, ich hab' ne Shotgun! Stirb doch! Ach, komm, Alter! Ey, was brauchst du denn an only secondary nehmen? Was denn? Hab' ich nicht verstanden. Oh, Ash made no brain halt. Es ist so. Push and wait-Taste. Eine Ash funktioniert wie eine Antel. Ja, hab' ich ja, dieses Gaming. Entweder Stopp oder Gas. Ja, moin, Alter, was los mit dir? Du hast denn die Füße nicht... Töte einfach alle, töte einfach alle, töte alle. Hä? 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 Es ist einfach wirklich so, Alter. Er hätte den, wenn du auch irgendwie wollen müssen. Neon, ich reporte dich wegen Sheets. Have a great time. So, Alex. Boy, that escalated quickly. Denko, versuch mal, den Connector reinzuhalten. Der arme Bandit, Alter. Lass ihn doch mal in Ruhe. Du wirst ihn halt... Du verkleidest ihn halt richtig mit Patron, ey. Aus mit den Viecher. Hey, goodbye. Byeee. Die letzten beiden on the secondary, whoop. Last, outside, right man. Bro, Neon. Du kriegst ihn. Du kriegst ihn. Hol die... Wo, wo, wo? Right man, links, outside. Komm, 200 IQ, wenn das klappt. Oh, 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 oh. Das tat so weh. Irre genommen. Vorhaut genommen. Leben genommen. Wir müssen alle generell drei Speed Operator nehmen. Ja, kommt, nimm mal alle drei Speed. Denkt mal, Leute, keiner darf rein. Wir gehen alle bei einem gleichen Fenster rein. Ich spreng dann hier auf. Mach die Frost Trap weg. 3, 4, 3, 2, 1, 5. Rein da. Rein die Oline. Ruh, Spiel. Bleer, bleer, ble-bleh, bleh, 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 bleh. Oh, Leute, ich bin drin. Ich auch. Leute, ich bin drin. Ich bin drin, Leute. Ich bin drin. Ich hab eingetuitet. Leute. Können wir's planning? LOL, woher? Du kannst planen. Ich bin safe. ja sieben sekunden habe ich ja noch gesagt mehr zwei sekunden angehoben wieso funktioniert die scheiße es ist so ja das ist halt die komische devise bei uns alles was du nie spielst funktioniert super ja wieder eine nice taktik für uns ne wir haben ja jetzt schon wir liegen alle in dir ich will auch kuscheln ist jemand aua au zwölf sekunden später gönnt euch ich habe in die hose geschissen ich laufe ja das mal wie ich laufe du bist ein spasti alter was ist jetzt schon wieder los ich muss raus ich muss raus lass einfach mal wieder mit drei speed rein rushen ok los geht's ok da 50 jahre 3 speed let's go hier weg mit die piecher ich hätte die andere ecke rum rennen müssen an alle leute die das video jetzt sehen und nicht wissen dass es ein geburtstag hat gratuliert Genau, äh, btw, für alle die das Video erst später sehen, ich hatte am Montag Geburtstag. Ja, deswegen ja. LOL, alter, nice! One-Tap, Leon, alter. Es war kein One-Tap, aber es war ein Quickscope. Warte mal... Ja, gut stimmt. Na, 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 na! Was? LOL Warum sehe ich die Gegner nie? Aber was macht er, wenn Will rechts callen guckt? Erstmal dann links Das muss ich nicht mal mehr reinschneiden So, das war's jetzt mit dem Video liebe Freunde Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja, lasst einen Daumen und ein Abo da Wenn ihr uns supporten wollt Und wenn es euch gefallen hat Und ansonsten sage ich Ciao, ciao, haut rein Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Bis zum nächsten Mal